Für jeden nicht, o' Jesus, o' Danken gehirrt, do' das so viel wird, wort hei dein. Hei, haf' uns so quarklich verheben gelehrt, und merkt uns den Himmel nie rein. Met Liedig, eduldig, und gnädig erst heut, viel mehr aus sein Fuhrer und Korn. Hei, schmied an'se Sinnen, schau, wie drauf am Meer, nie kam, bett an's Jesus, nie holn. Verlut die Ab Jesus von die Starinah, hei, hier tut die Bär, wort die Seis. Hei, weit, wort die Essen, hei, nehmt, und der Nah, lef, wie die in weit, wort die Fährt. Met Liedig, eduldig, und gnädig erst heut, viel mehr aus sein Fuhrer und Korn. Hei, schmied an'se Sinnen, schau, wie drauf am Meer, nie kam, bett an's Jesus, nie holn. Do'r Danken bringt nie et am Leben in nenn, dann wärst du die Nober in Fried. den Gott, siehne Klinger, im Glauben, den Haar, den Nachmode himmlisch ersteht. Met Liedig, eduldig, und gnädig erst heut, viel mehr aus sein Fuhrer und Korn. Hei, schmied an'se Sinnen, schau, wie drauf am Meer, nie kam, bett an's Jesus, nie holn. En Jesus, hier hier, stüde ja, wie gemeint, gewaschen, der Jesus, ihn laut. Do'r Dankst, met den himmlischen Fuhrer versäunt, do'r Dankst, um dein'n Gons reiht. Met Liedig, geduldig, und gnädig erst heut, viel mehr aus sein Fuhrer und Korn. Hei, schmied an'se Sinnen, schau, wie drauf am Meer, nie kam, bett an's Jesus, nie holn. Was die Meudin, was die Schwabe lustet, Sei, rotter Jesus, sei, rotter Jesus, hast du keinen Fremd, der die noch läuft, dann sei, rotter Jesus, allein. Sei, rotter Jesus, sei, rotter Jesus, heuerste Fremden der Neut. Niemals, fängst du, so ein goder Haupt, sei, rotter Jesus, allein. Von dein Tron in Emmerwellen ranen, sei, rotter Jesus, sei, rotter Jesus, heu, weil die Nerven den Jeren heulen, sei, rotter Jesus, allein. Sei, rotter Jesus, sei, rotter Jesus, heuerste Fremden der Neut. Niemals, fängst du, so ein goder Haupt, sei, rotter Jesus, allein. Hast du Angst, weil alles nicht empfohlen, sei, rotter Jesus, sei, rotter Jesus, hast du, sei, rotter Jesus, sei, rotter Jesus, allein. Sei, rotter Jesus, sei, rotter Jesus, heuerste Fremden der Neut. Niemals, fängst du, so ein goder Haupt, sei, rotter Jesus, allein. Läuftöp beten. Dankeschön, himmlischer Futter, dass wir können von dir aus Mars hier töb kommen. Dankeschön, dass wir können singen in die Luven und Preisen. Und dankeschön, dass wir können die sein, was ab uns Gott ist. Du musst dir uns durch das Morgen sehen, wenn wir in den Worten angehen. In Jesus' name. Amen. Dein Plotz, ne? Next, let us take time to be holy. Take time to be holy. Speak off with thy Lord. Abide in him always And feed on his word. Make friends with God's children Help those who are weak Forgetting in nothing His blessings to see Take time to be holy The world rushes on Spend much time in secret With Jesus alone By looking to Jesus Like him thou shalt be Thy friends in thy conduct His likeness shall see Take time to be holy Let him be thy guide And run not before him Whatever betides In joy or in sorrow Still follow thy Lord And looking to Jesus Still trusting his word Good morning, Ola. Ich hätte in jeder einen herzlich willkommen hier von dir aus morgens für uns Gottesdienst. Dankeschön Gesanglehrer für uns schein mit Gesang und Läden Reitmerken für Gott sind Wut. Und mich freut es ganz besonders, dass ich hier von dir auch doof und deine Mädchen zu reden Und Obei ich möchte mir erstens Dankeschön sein der Olle Jund der für uns gebetet hat und der letzte Wege Und uns finanziellmente habe ich Unterstattung gekriegt und das habe ich dankbar für Und vielmals Dankeschön von jeder einer der gebetet hat und der ein war hier und der andere war ich uns unterstattet und geholpenhaft durch diese Zeit Und so wie das ich weiß die Operation die ich umregelte ist das ist auch gefall Ich bin still mein Beruf wo das ist und wo alle schroffen hat so vielmals Dankeschön verbeten und das haben sie so können haben und das die für uns als Familie haben getan Wir sind dankbar dafür Mein Thema wo ich will von reden ist ein Daimut getroffen und Erkanung Wie Menschen wie gleichen Erkanung aber ich glaube wie man abposten das Wort von Erkanung sehe ich oder das Wort sehe ich sehe ich nur meine Ehe und die Erkanung was ich habe sehe ich für meine persönliche Genaten Ich glaube nicht unbedingt ob ich eine Erkanung sehe aber an dem was ich schroffen wird sich irgendwo anwiesen dass die Menschen Erkanung kriegen oder das wird sein Ich werde nicht viel holen von was immer Und wie kann das tun Ich weiß dass ich sind viele Jahre drei und nicht viele Jahre drei Dann an der Arbeit einzig mal ich schlug nicht dass wieder noch mal sein ich nicht war nicht geworden am Raum Ich will ja ich schaff aber ich würde nicht nur streben sein dass ich sein mit mir was ich getan hat Aber in den Jahren lehrt dass ich mich verantwortlich mehr und ich streben wenn mich unvertret hat ich würde nur sein dass ich würde dort leichen und dort ändert ein Leben dort ändert ein Denken von einem selbst dort ändert ein Denken ihre nächste Person will so lange was du bloß bist was immer das wo die selbst sitzt und das wo die nächste Person sein du willst die nächste Person nicht sein für was du wirklich ist willst du die selbst nicht sein für du bist willst wir nicht seien wer wir wirklich sind erstens mal an christus und so wieder aber das ist wichtig und wenn ich klick mir drei denken und ich will von dir ganz anderes Twork mord merken dass wir ein Bespiel geben von einem abreich Hort haben dass uns wird unerkannt für eine christliche eine gute euthan jüdische Twork wird nicht bloß am sich am Raum geben das wo wir gebeten sind und Menschen die geben einen anderen am Raum und die büllen sich einen anderen ab wo die wollen rückgüren halten und das soll eine Erkennung geben weil wir nicht stellen wir keine Erkennung kriegen die Menschen wollen vielleicht nicht wissen dass das ist existiert oder wo es ist oder es ist und als Lehrerschaft als gläubige Menschen alle taub hier gläubige soll einmal streben dass wir uns bastelt wollen tun ein gaudet büspel geben ein gaudet büspel geben zu unserem Jevong tun dass Jesus anerkennung kriegen soll gelaufen werden und so wieder aber das wird auch machen aus dort tun wie worden uns wieder roff geredet worden oder von uns wird gaud geredet worden aber wie man die Entscheidung machen und wenn ich denke dass ich sage ich werde so dankbar als wir anderen danken haben dann dürfen wir alle die ein andere ein oder andere oder die die nab krellen und das eine lange rede wird mit alle von uns irgendwo ein andere der wird wird und dann du bist du kommst und du kommst hast die Anerkennung gegeben du was du das ist und dort ist Gott wichtig wir sagen das durch die Bibel ist wichtig dass wir uns verarbeiten und uns rücken für das wir haben und wo wir in den kommen dass wir wirklich tun mit Gott mit Fried und dass wir sein ein Segen sein zu den den Menschen Rammans die Philippe die Philippe die Paulus die in der fehl in Heusschrift und breit besonders Paulus verschiedene Wege die haben und so wie die unertanung und andere Leute sagen wir ein paar Männer die unertanung kriegen und ich will ein klipp von dort reden das ist wichtig weil wir werden viel anders von uns denken oder die wollen viel von uns holen und gauert von uns denken und hier sind ein paar Männer sie haben gute unertanung gekriegen ich dachte viele Menschen kandidiert wird viel unertanung geben wird wirklich hoch schätzen für wer sie sind von wo sie gekommen sind wo sie neu sind und die bespielen sie geben an verschiedenen Wegen sind einfach direkt mitte vielleicht ein Mal ein negocian sein auch so was an kreik sind an leidenschaft an mission und so wieder so nekken du so ne person oder so nekken du bist uns selbst kenne du kreik 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 und kreik und kreik 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 und kreik von philippo kapitel 2 19 30 lesen und ein paar dinge rüthelen so so die bibel hand red und hand das mal lesen das heißt es ist es wenn der her jesus so will rechnet ich Timotheus bald Hand zu schicken, um zu hören, wo dort mit dir steht. Dort wird mich frische Mut geben. Ich habe das keinen uns an, der so abrächtig um dir Gott gut besorgt ist. Der andere Segen hat eignet Nützen, und nicht Jesus Christus seine Sache. Aber ich weiß nicht, wo Timotheus sich Hand gestaltet hat, und wo er uns ein Sehen den Führer mit mir taub und Evangelium gedeutet hat. Durch ihn rechnet ich am Hand zu schicken, so schnell wie ich weiß, was ich dort mit mir rumnehmen würde. Ich habe dort Vertrauen am Herrn, dass ich selbst auch bald hinkommen würde. Ich sage dort auch verneutig an, meinem Bruder Ephrauditus noch drehen zu schicken. Er ist mein Mitarbeiter und Mitarbeiter von dem Geschenk zu mir. Er hat ein Verlangen noch an, und wir besorgt, wie es die Gehirte hat, und dort heute krank geworden wird. Und heute wird wirklich, das ist krank, aber Gott erbohren sich immer an, und nicht nur immer an, aber auch immer mich, dort ich nicht noch einen Trühen mehr hat. Nur, wenn ich ihm so schön Trühe schickt, dort die am wahrer Seinen in den Freien können. Und ich, wenn ihr zu sagen hat, nehm am Christus mit Frieden ab, dort so Menschen viel wird achten. So, hier haben wir diese zwei Männer, wo ich will ein Team best noch kennen, und wir wollen, und wir sollen, wer wir sind, diese Männer, und hier soll wieder Paulus der zwei Männer eine Ertänung geben. Timotheus und das Ephraudetus haben, ein Ertänung und haben Wir haben ein Hort von Deiner, ein Hort von Arbeiten, mit Arbeiten. Und das was ich gesehen habe, ganz besonders Luther in unserer Kirche, ich soll wirklich Menschen ein Hort haben von mit Arbeiten und in Städten durch sein. Und das was ich soll sein. Und ich freue mich von jeder einer, der hier mit uns ist, hier in unserer Gemeinde ist, wo wir mit arbeiten, wo wir mit arbeiten, wo wir mit anderen arbeiten, wo wir mit mit arbeiten haben. Wir haben eine Lehrerschaft, wo wir mit anderen arbeiten, wir haben unsere Lehrerschaft, wo wir mit den Kindern arbeiten, wir haben die Aschers, wir haben so viel hier an sich hoch, wir haben den Zellen, und die wird mit Medien schaffen und all diese verschiedenen Dinge, die drehen alle ein Porto von Gott sein weg. Und wir sollen uns Erkennung geben, wir sollen uns unseren anderen Erkennung geben, wir sollen uns unseren anderen viel schätzen, und den Weiten lochen, den Motorspringen, Fährerwacht gehen, dort sein, ich würde sagen, dass ich ein Tag an meiner Arbeit wird, was die Jahre dreht, dass ich nicht viel was am Rahmen wird, ja, ich komme zur Arbeit, und was ich soll, was ich dann tun, und dann fahre ich. Und wenn es nicht anfangen, von heute zu tun, dort wo sie können, wirklich Geld tun. Und so eine Menschen ist dort, so wie Erkennung geben. Auch die anderen Männer, auch büten das, wer immer du arbeiten das, aus dem Bedingung du arbeiten und solchen ist das. Doch irgendein Ding wird fragen, was von dir sein? Wurde jemand sein, oder vielleicht nicht so gut? Aber ein du machen das an Schäden. Und Menschen wollen du nur Antwort geben von dir, was du hast durch gestalt. Aber über alles, wir sollen nicht mehr vergeben, dort wir sind. Wir sind da täglich Arbeit oder in den Schock schaffen, wir sollen immer denken, wir sind Jesus Christus in Deiner. Ich sage, ich meine Ine Deiner, aber wir sind verarmt. Wenn wir schauen an Markus Kapitel 4, 4, du sagst, so gute Menschen sehen, können nicht um sich zu bedienen zu tun, aber um zu deinen in seinem Leben zu geben Fehler los zu teilen. Du bist los gekauft, wenn du an Jesus Christus gläufst, du bist eigentlich los gekauft, was du hast nicht, das ist eine andere Sache. Du hast die los gekauft für deines nicht bloß von der Sinn los gekauft, dass du in Himmel sein, aber die los gekauft, so lange du auf dieser ir basst, für in deines. Du bist in deiner sein, so ist was he es. He kauft die los do to. Ein jeder Christ es los gekauft, der e von Jesus Christus wut to to deine, ein deiner sein. Und ich glaube, wir sollen wirklich über denken, dort wird Jesus Christus gedau haft, dass he es ist ein wo kann er noch irgendwo auch deine. Wir können nicht mit reich sein, wenn wir ein Christ sind, ich will nicht do. Ich kann nicht reich sein, oder sein, ich kann nicht gut, oder was immer, ich kann ein weiter und anderen do. Johannes Kapitel 3, Vers 12 sagt, als er am ersten Feind gewaschen hat, neun preisig war er dort seine Kleider in Seid, in Seid, noch einmal zu haben, weit je wort ich jün geduhen habe. War er de Bispel von do. Das ist einfach ein Abgrund, was wir haben. Wenn wir hier sehen, in 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 20, in 21, wenn ich ein paar Verschen rücken nehmen. Du sagst, das ist das, in ein geräutet Haus sind, aber nicht bloß goldenen Salben in Gefäße, aber Gefäße von Halt und Leim eingesend zu einem ihren vollen Gebrochen und angegrüß dort gehen da. Und wenn ich sage, in wer sich von dort rennig dort nicht zu ihren ist, wird ein Gefäß zu ihren sein, dort durch die herrlichen Reut ist, dort der Mäste dort alle Gäste wo er in Brücken kann. Sie hier, wir haben Jesus gesucht und er weiß dass er die ist, denn er verlangt von uns auf los gekauft, nicht nur dass wir los gekauft sind, aber wir sind in sin rück. Aber nicht Paulus hier zu Timotheus nicht alle sind du so, nicht alle die du will sich gleich rennen luten. Hier sagt er dass alle ihren folgen ein graudet hübs sind aber nicht bloß golden selva und gefäß aber auch gefäß von leim und sind ein irren folgen gebrockt und geruht dort gehen da ein du mag das entscheidung merken wie man uns rennen luten wie man sein do hand kriegen dort wie du in irren fallet gebrockt sind und wenn du das tun haben dann wollen die menschen uns unerkann geben und wir können irgendwo in einem oder in anderem wach gehen wie er sich von rennig dort nicht die irren ist wort ein gefäß die irren das wird er sagt und dort du herrlich in reit ist der meister dort alle gelbe wo er brücken kann wer ist das meister das ist jesus christus wenn wir dort dann können wir uns brücken wenn wir alle eine fleischlinge tür haben dann ist wichtig dass wir uns beobachten luten und wir uns treff stellen luten durch Gott sein wird dort wird ein gelt und ein christliches leben wissen kann dort brücken die tid da kommt nicht immer nach mein wachseln von denken von wie die arbeit sind oder wo immer mir unvertriegt wird dort brücken die tid dort passiert nicht aus morgens abstand und dann wir durch do und so ist das mit uns alle und wir denken an mit arbeit sein oder irgendwo in arbeit sein und geben einer dem anderen wir machen Ruhm geben dass der andere vielleicht anders steht als den best geben eben wenn ein Fehler merkt oder verlangst du dem was unerkennung geben wir erst mal ein jahr ein perfektes leben durch stellen und du wirst dacht eigentlich nur den abpassen und du wirst schicken und wenn kein Fehler gemerkt hat dann auf einmal du das nicht wird schafft wenn wir sollen die Menschen wirklich von heute in der Hange gebt hat den Mäste dort hat nach gestellt für sie gebraucht nicht für mein gebraucht aber für sie gebraucht und den Anfang der Unertanung geben und dann wir rühren geben für dort in Epheser Kapitel 2 Vers 10 sage ich du dacht wie mit Christus Jesus verbunden sind und uns geschaffen und ein gestern gesagt dacht wie gau das tun wie wir auch tun leben dacht wie mit Christus Jesus verbunden sind dacht Gott uns nie geschaffen und ein Sturm versagt dacht wie gau das tun kann wie auch tun leben dacht diese Gefäße verändert das wird 2 Timotheus 2 Vers 20 wird sein das ein Gesand tun ihren voll gebraucht und ein gerood das die in du und wo stuh nicht du hab das Jesus selbst mit arm verbunden sind wie nie geschaffen sind wir in ein stand gesagt dass wir können gau das tun und ans die nächste Frau dau wie das ein geschaffen man wird vielleicht viel mal checken eine Person die will annehmen aber wenn die viel weit und er kommt an und er hat nichts mehr hat den was er hat er nicht so viel aber er kommt an und sagt ich war an und ich war so ich konnte tun das dem was enthalten hat bloß dort weiten allein hat tun wird wenn wir erst dort weiten und dann an wand dann ab einmal kann ein goud sein dann wird goud sein was der meister kann brücken so das wird 2. Timotheus 2. 21 sein dort er meistert alle goud die er brücken kann und wir fangen an wir machen es mit Christus verbinden dass er uns nicht schaffnet und den Storn versaten hat und wir können goud tun und wir leben leben so wenn er uns transformiert hat dann selber auch sein an hand zu kommen wie wir leben tun und Paulus sagt das Timotheus und Ephroditus dass diese beiden werden transformiert Jesus hat ihr leben verändert und sagt dass die können was goud tun und die Menschen haben uner Tönung wenn wir kicken dann 3 in Philippa Kapitel 2 Vers 20 sagt ich habe das Tön in uns an der so abrecht am dün goud besorgt ist hier redet von Timotheus er hört hier einen wo du wirklich hand geführt mit ein abrecht wird zum dün wo er raub wird und Paulus darf das ohne Tönung er sagt kicken hier das ist Timotheus der habe hier aber die Frau ist wo du nicht du mit wo Arbeit nicht du mit was kann mein Noe sein von mir persönlich das wie Paulus Timotheus sein aber was das mein Noe mit was ist der Person was mit mit Arbeit wenn er fützt nichts in ein ein wenn ich versagt der andere Segen ihren eigenen Nutzen und nicht Jesus Christus seine Sache sie haben etwas anderes ein genommen dass irgendetwas an ihr Leben wird ihr wich ist ihr einen Willen ihr einen Dank aus dort sein mit arbeiten und die Frau ist wohl nicht du mit du besorgt und du bist besorgt über uns ein Ding kann die Menschen uns Unerkennung geben und sagen das ist eine Person was sieht wie sieht einen anderen kämpfen und ihr Ding ihr gut zu haben Timotheus heute wird ein Lehrer wo Paulus an stand und du mit kämpfen und du arbeiten und Paulus hat ein abreicher zu haben das wichtig ein abreicher zu haben und wenn wir sehen und von vor Paulus hat ein gutes Zeugnis und wenn wir sehen wenn die Bibel hat das ist das ist das das ist und dann du wohnst ein Jünger der Timotheus seine Mutter wird eine gläubende jüdische Frü aber sein Fuder wird ein Griech in Vers 2 der Bruder in Lystra in Ikonien hat gaudet von ihm zu reden das hat sich verdient an dem hat ihr ein vertrauensvoller Matoberer wird einer der sich hand gejift hat und so sie haben ein gaudet Bespiel ein gaudet Onerkennung hat du man kleine Menschen wort von Onerkennung kann er in du Timotheus hat eine gaude Onerkennung von Paulus am tjaan leht und hier sei wie Paulus auch die Onerkennung gebt zu diesem Zeug hier an Philippus er gaudet von ihm er gaudet Bespiel er ein gaudet Onerkennung was er gaudet von Timotheus und in 22 vers du sagst aber je weint wie Timotheus sich angestellt hat und wie er aus ein sehn mit dem Futter mit Miet top und von Jeliem gaudet hat hand gejift das 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 er brot hat dass wir ein hand gejift hat 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 was er in du tun das blis sie kriegt glick als er in die ist oder wie an sie arbeit dass wir ein hand gejift hat 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 unvertret ist wenn er ist dann wahren die wird sein hand von die ein abrecht hat und unertanung ich glaube nicht ob wir sollen eine unertanung unbedingt sehen aber das ist wichtig wenn du eine unertanung hast und du irgendwo hast dann geht gut zu sein ich gebe Zeugnis von denen ich weiß dort ein gauder Däuner ist oder in Arbeit oder in Kork oder wo immer ist und dann verstreut wenn ich sage du will den reken ich am Hand zu schicken so schwer als ich will mit mir an nehmen wird dann sage du will wo wenn ein gauder Zeugnis kann den wird oder deine Zeug wo du vor ist oder wo du bist du weht wo du schoff ist oder wo du ist sagen du wehen wenn dein abrecht hat und ich den kann vertrauen du wehen kann ich den oder dort er jahre brille oder du wehen nicht wenn ich nicht vertrauen oder du wehen kann ich nicht will du have got an ab reich get ho oder du wehen nicht so viele Dinge wo wir können checken du wehen nur die negative und positive sieht hier ist das Timotheus hat ein gauder un er tschan hat ein ab reich ho sagt die Bibel und sagt du wehen nicht wehen und wehen ein trüger mithalber hat sich bewiesen als ein gauder mithalber und dort braucht seine tith dort ist nicht dort ist ein von Samarys passiert und im fiend finde ich so wie das sagt ich habe dort verneut ich sein ich sag dort auch verneut ich an meine Bruder ist drei nun junte schicken er ist mein med arbet med kampfer von junte schick mit zu haben er ist diese man auch unerkanung er sagt kik er ist ein med arbet und med kampfer gewast und er war er in tre schick aber hier sagen wir auch um arm Paulus sagt gaudet von arm wem was wem er ist am gewast und mit gekampft und dort ist was wir sollen tun wir sehen an den nächsten mit kampfen mit arbeiten und durch wehen wenn wir dort durch wehen können wir irgendwo an ein waag oder andere waag an gaudet gebrochen kommen dass Jesus Christus der Meister der wird uns ein Verbild geget haben dem da wird uns los gekauft hat tot uns kommen für sinn rick und wir sollen immer denken das geht nicht an mich aber das geht an sinn rick und das braucht einmal dass ich ein gaudet bisch geben dass andere kann mir unerkanung geben wenn wir schauen an Apostelgeschichte das Lied der Apostel die Konzer zu sein wählen dann werden ein paar Dinge die sehen die sollen wir sehen hey dort man günd man rütt wählen was ein abreich hat und wenn du wem hast gewählt und du hast wirklich gekickt nur ein abreich hort dann hast du nicht bis gekickt nur die uiterliche person dann hast du eine person gekickt und gesagt du kannst sein ein abreich leben du gesteilt hast und durch wen können sie die anstellen für das was empfehlen bleibt aber die hat eine unerkannung weil sie ein abreich hort kicken sollen und so wieder und sie wählen in den nennen dort wies uns dort an der kirk von den menschen die man gewählt hat die unerkannung wo wen sie haben abreich hort wenn sie kicken soll und dort ist was wichtig ist dass wir Menschen die unerkannung geben wird entraft von den vierten lehrern in der kirk wird immer tun wir wir sind auf glück gestufen ob einer hat eine gratere Verunruhung und einer sieht aus von der andere hat und wenn Jesus in die irren selber wieder weg glück er aus wo immer ist sträfte nur dass du ein abreich hort hast dort ich kann gaudet von dir sein und ich kann ein gaudet Zeugnis von dir geben von dort wo du lehrend das 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 man wird polis hier auch sein hat was er wird mäß gestorben wie christus den hoben und aber heim du darf aber heim von unerkennung da wird ein gode mithaupt du was der hat gekämpft mitham ein klingt ein klingt 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 was das kann mein Leben sich verändern oder was das kann ich wirklich am stehen und sein und mit haben klingt wir gleich noch Timotheus in 2 Timotheus 3 Vers 10 und sagt du weißt dort was Paulus in allem sein und wo das angefangen hat wenn du bist mit meinen lern mit meinen lern mein benehmen mein streben mein glauben meine idyllt meine leif meine beständigkeit in lieden in die mein teuer saad worden bekämpft und wo ich in Antiochien Ikonien Listeren uithauen muss weißt du und nicht all dem rade hier mir ut so erstens er er am ersten unerkennung dass die Menschen ein Listeren und du ramm dass du von allem gaudet zu sein haben du weißt was alle weißt du hast du mit was du hast mit was was mit hat m hat alle mit gemerkt und anderen vierten erfahrer sagt du aber bleibe dort wo du gelehrt hast die unvertriebe ist willst du weißt von wem du gelehrt hast und willst du von Kindheit und mit der hell schrift bekämpft was konnte dir dem wach wiesen würde du dem glauben an jesus christus koste seilig worden in An vers saßt hin olle schrift von gott die je es wird fall uns zu belehren uns übte betren uns trech te wiesen und uns zu unterrechn wo reich te leben nun sagt paul ist jäfter noch wieder eine antwort ist sehr so wie dort blieben hat ich lehrt auf nan jäfter ich noch einmal sagt ich wein alle schrift von gott die jeft es wird fall und soll was down gott sin word soll was down am din leben das soll mein din leben transform an wie an sehent in fahr es wut und what timotheus an sin leben hat looten down und das wein wo paul ist können gode zeugnis geben von am so alle schrift es jeft um uns belehren um uns übeten um uns treib wiesen um unerrechten wo wir reich leben und dann sagt er so dass ein gott des menschen stand es an gode worden gescheck zu sein hast du ein verlangen hast du an gework wo das oder dass du auch betrink wo das dort du wirst an storn sein gode worden gescheck zu sein oder best du einer der denkt was am er denken von me was am er sein for me was am er sein for me das me don't aber best du einer der sei auch als Gottes man in storn sein dort ich wo kenne gode Dinge down und gescheck sein und was er braucht dass wir dort tun was Paulus sein hat und wie uns von Gott sein wird trachwiesen luten utbeten trachstern trachwiesen und dass uns ein unerreicht was trach gewesen wenn wir die Dinge tun dort ist wo Gott eingefallen hat erstens schrieb wir Unerkennung von ihm das hat uns Unerkennung gegeben für was wir sind und dann die Menschen haben uns und wir können die wir mit den nächsten mit kämpfen aber wenn wir nicht wollen uns zu tun dann sagen wir das was wir wirklich an hoher haben und wir sind wirklich eine Arbeit das was wir sollen sein und die wir uns haben das an Arbeit geben wenn die dann so aus trich geben was wir tun haben wir nicht am Ramm gebt haben die können nicht nach ticken und sagen hier ist was das ist tun wenn wir wirklich ins Hand geben wir sagen diese Arbeit die hat die gold tun und wird trich dann kann er sagen das ist eine golde Arbeit getan und dann kann eine golde Arbeit tun dann wird die rechtlinien von das schafft rechten wenn er sagt das sind die Dinge so und so tun dann wird nicht ganz anders das nicht wird in die folgen haben Gott sind Wut in Gott sind auch rechtlinien und dort ist kräftig da wir uns von dort treff wiesen luten wir holen uns an und dann wir entstorben dort leben aber wenn wir nicht wollen wir wollen wir an den Gedanken leben und wir wollen die Dinge tun wenn Gott ein trick hat dann kann er nicht sein dass eine Person ist wird hand gibt es wird sich wirklich auf los kippen von allem versehen deins so wir wollen wenn wir wollen wirklich unertanung haben wenn wir wirklich wollen nur Gott seine regeln leben wir können wirklich ein beziehen den anderen mit kämpfen sie können verlohten ein beziehen dort er kann unertanung geben dann wir uns an starten dann wir reich linien nehmen wo wir leben sollen weil diese zwei Männer unertanung kriegen dort wird ihr ein Grund und die Frau ist was ein Grund stehst du was von unertanung kriegst du und jeder eine sich persönlich freu und kann nicht für die beantworten anders als du dir nicht weißt und dass du nicht weißt kann ich was verantworten geben für die wenn du nicht was gewählt bewiesen hast kann sie nicht sein wenn du gewählt bewiesen hast kann sie sein und ich will mit dieser Frau los gekauft du ein Döner sein las zu den Gott ihm wird rechtlinien geben dass du entstanden bist dass ein Gottes mensch entstanden ist und geschickt zu sein und das ist eine Frau die das eine Frau die du musst durchstellen und schauen wo du bist und die wir in unserem Leben haben die wir können ein oder ein Segen sein zu unseren Menschen und unseren Menschen und unseren Geschäften in der Welt wo wir sind und wir wollen du ohne Erkennung kriegen was was uns verdient haben wir wollen nicht mehr und nicht weniger ja einzig mal falls ich so das kämpf nicht aber euer Loth war wie ein du warst und so ich bin froh und wir wirklich in Gott leben nicht haben wir persönlich Unerkennung haben aber den Menschen von dem was wir sind und wir uns Unerkennung geben können und dass wir wirklich in Gott sein reg und sie bühen can schoffen können und sehen sein du ich würde fragen was passt und das war wir abstellen von dem gebeten leber wir verdienen wir verdienen wird wir sagen wir danken für diesen vermerk wir sagen wir danken dass du uns leufend hast dass du uns Geld hast dass du uns wird genug geachtet hast uns lustig von dem Sinn wo wir werden du persönlich gehst uns ein Bespiel von Dein und in deiner sein und vor wir sagen auch dass die Menschen in der Bibeltid werden ein paar Menschen ganz besonders was sich handig geeft haben für die zu tun und wo sie unerkennung kriegen wo es polis von ihnen sagen wehen das haben sie mit gekauft mit mir und du wehen kann ich das oder dort an vertrauen vor wir hoppen uns dass wir alle auf gute prinzipien werden dass die Menschen auch können sagen du wehen du wehen weil ich hier hain du wehen weil ich soll ich mit du wehen weil ich hier berichten weil es ein von du ein ein von handigef sein ein von life ein von adult ein von ein verlangen für die sein für die nächsten fuhre hoppen so wir wollen einen beziehen mit kampf dass er wird vertrauensvoll sein dass einer mit am mit kampf dass er nicht den twiebel sein oder ein goder kampf am top aber wir wollen stark einen beziehen anderen kampf verdienen reich fuhre fuhre wir freuen uns an deinen seien den leitung dessen vermehrt auch wieder und diesen sind auch in dem weg musst du in jeder einen segnen musst du mit jeder einen sein in unser erfolgs geben in unserem leben und wir wollen auch berechtig sein da bitte ich in den Namen Amen seien nicht bekommert seid nicht bekommert denn die freude am herrn ist eure stärke seid nicht bekommert seid nicht bekommert denn die freude am herrn ist eure kraft jesus der auferstandene herr ist in eurer mitte jesus der auferstandene herr er ist und er ruht seid nicht bekommert seid nicht bekommert denn die freude am herrn ist eure stärke seid nicht bekommert denn die freude am herrn ist eure kraft jesus der auferstandene herr führt euch seine wege jesus der auferstandene herr herr geht gebt gebt stets voran seien nicht bekommert seien nicht bekommert denn die freude am herrn ist eure stärke seien nicht bekommert seien nicht bekommert denn die freude am herrn ist eure kraft jesus der auferstandene herrn sendet seine engel jesus der auferstandene herr kämpft und siegt in euch seid nicht bekommert seid nicht bekommert denn die freude am herrn ist eure stärke seid nicht bekommert seid nicht bekommert denn die freude am herrn ist eure kraft aber tippe beten grüder gott im himmel wir danken dir für das macht wir haben tippt gehört wir danken dir für die menschen wir können hören wir danken dir für dein Wort und du was geredet hast und ich hör mich von dir möcht du uns halten wo dein deiner zu sein und ab reich gehören dort wie kann dir ohne Tannung kriegen nicht für uns selbst aber für dir Gott sehen uns wieder durch das Tag in Jesus Sinn Amen